Nein, nein, der hat diese asoziale Taktik von Abge gemacht, nein. Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten Video Leute. Wir sind heute wieder auf meinsoh.net Leute. Wir spielen heute wieder eine kleine Beifahrt runter Leute. Wir haben es jetzt spät, am Abend haben wir es jetzt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wir haben es 22, nee, wir haben es schon 23.56 Uhr Leute. Also wir haben es schon 23 Uhr und noch was. Ähm, und es sind, es sind 368 Leute auf meinsohn. Ist schon ein bisschen wenig. Aber egal Leute, ich hab einfach Bock jetzt eine kleine Beifahrt runter aufzunehmen. Ähm, also beziehungsweise wenn es geht. Weil um diese Uhrzeit wollen meistens Freunde oder Freunde noch spielen. Da gehen die dann raus. Ihr seht alles, hm. Da wird sich gleich reinschauen, mal gucken. Ähm, ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns gleich in der Runde nach meinem Intro Leute. Bis gleich Leute. So Leute, wir sind jetzt endlich in der Runde drinne. Ich hoffe nur, der jetzt nicht rausgeht. Äh. R, E, C, was heißt das? Ähm. Et, A, was? Ich weiß jetzt nicht, was er meint, äh, meint. Achso, und ich bin nicht eingespielt. Okay, alles klar. Ihr habt es gleich gesehen Leute. Ich bin mal wieder nicht eingespielt. Äh, wo ich heute den ganzen Tag Badwas gespielt habe. Aber, ich war gerade die ganze Zeit AFK. Ich hab gerade die ganze Zeit nur YouTube geguckt und so. Also muss ich auch erstmal wieder reinkommen. So, 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 so. Okay. Okay, 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 okay. Dann, so. Ähm, sorry, wenn ich vielleicht weniger rede oder so. Oh, scheiße, ich höre ihn schon. Hi. Ähm. Okay, 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 okay. Sorry Leute, wenn ich vielleicht weniger rede oder so. Ähm, weil es ist, wie er ja schon gesagt, ähm, oh mein... Hä? Hä? W-w-w-w-w-w-w-w... Oh mein Gott, oh oh. Ich gehe auf die andere Seite, ich gehe zu sein Bett. Scheiße! Scheiße! Spring bitte nicht runter, bitte nicht, bitte nicht. Der springt 100% runter. Nein, traut er sich das nicht? Schnell einbauen. Schnell, schnell, schnell. Weil, wie ich so welche Leute kenne, die tun Base-Teleporter benutzen. Ja, hat er. Wirklich. Dann bin ich weg. Nein. Und er hat noch ein Schwert. Alles klar. Okay. Tschüss, 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 tschüss. Schnell, chill. What the fuck mit ein Herz. Nice. Oh mein Gott, ich darf nicht mehr so schreien um diese Uhrzeit. Sonst bekomme ich Ärger. Oh mein Gott, wir haben den gekillt, Alter. Geilo. GG, Alter. Cool. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde, Leute. Bis gleich. So, Leute. Wir sind jetzt auf der nächsten Map. Tower nennt sich die Map. Und natürlich auch in der nächsten Runde. Ich merke gerade, es ruckelt immer mal. Äh, was muss man machen? Warte mal. F3S ist der Sound. Schreibt mal rein, Leute. Ähm, was für eine F-Taste ich klicken muss. Ich mein Mac-Aft, ähm, aktualisiere. Also. Weil, irgendwie ruckelt das gerade. Also, hat es gerade geruckelt. Ah, okay. Ich sehe gerade schon sein Namensschild. Okay. Ich weiß, das ist ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen doof von mir. Aber ich bin ja eben ein Eisenspieler. Oh mein Gott. Ich dachte schon, ich habe es runtergehauen. Hier ruckelt es irgendwie immer mal, wenn ich hier in dem Village-Job bin. Was war das denn jetzt? Äh. War, was? Was? War, war. Ein Moment mal. Was war das gerade? Warte. Fuck, alter Scheiße. So, Leute. Jetzt, der letzte Runde spielen wir jetzt noch. Ähm, auf der Map Super Mario. Ähm, ja. Ich versuche auf YouTube auch jetzt, äh, in diesen Ferien. Ich habe ja schon Ferien jetzt. Ähm. Versuche ich jetzt aktiver zu sein. Aber ich will jetzt aber auch kein Versprechen oder so ablegen. Also ich tue, keine Ahnung, als Versuchen. Ich will jetzt noch kein Versprechen, äh, sagen. Aber ich versuche es einfach, als ich aktiver bin, euch viele Videos zu geben. Äh, und ja. Und wenn ihr das feiert, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Naja. Egal. Ähm, hoffentlich tue mir jetzt noch diesen Kill nicht. Ich will gerne mal wissen, wo der... Ah, okay. Der baute ich gerade. Also hoffentlich, glaube ich. Meistens ist das so, ich tue die Aufnahme anmachen und dann verfehle ich nur. Das ist meistens so der Fall. Und ohne Aufnahme, da verfehle ich nie. Also schon, aber nicht so häufig. Ich habe schon wieder was Wichtiges vergessen zu kaufen. Cop-Apps. Weil wenn ich jetzt... Genau, der kommt schon. Ich habe Angst. Uiuiui. Uiuiui. Tschüss, tschüss, tschüss. Nein, 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 nein. Uiuiui. Wart. Okay. Der hat sich fast gerettet. Ich hätte schon fast Chi-Chi gemacht. Aber irgendwie, mein Lieber, hat irgendwie was gefehlt bei ihm. So. Na, was macht er? Ja, mein Lieber, tschüss. Tschüss, mein Lieber. Scheiße, ich habe kein Schwert. Nein, 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 nein. Leute, ich muss ihn runterkriegen. Der hat mich... Der hat mich... Oh, mein Gott. Er hat mich nicht runtergeschlagen, aber der hat... Ich bin falsch hatten gestorben. Oh, mein Gott. Das war gerade... Uiuiui. Uiui. So, so. Ich schmecks... Oh mein Gott, ja, ich hab's gesehen, Leute. Der spinnt 100% runter. Nein. Hä? Was? Wo ist der eigentlich? Der könnte locker runterspringen, aber ich glaube, der holt sich einen Teleporter. Einen Base-Teleporter. Ich habe drei Spinnnetze. Nein. Nein. Der hat diese asoziale Taktik von Abkür gemacht. Nein. GG. Nein. Leute. Der hat doch einen Base-Teleporter benutzt, was ich aber nicht gemerkt habe. Hat sich hier hinten versteckt und dann bam, mich wurde hier runtergeschlagen. Ach, Mann. Ach, Leute. Diese Tricks müsste ich eigentlich kennen, weil ich die schon selber gemacht habe. Außerdem. Ach, Mann. Ach, das war clever gespielt von den einen. Aber nice Bad Boys-Runde fand ich jetzt gerade. Ja, Leute. Das war es mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da, Leute. Abonniert gerne den Channel. Folgt mir unbedingt bei Twitter und Instagram, Leute. Ich bin da zur Zeit bei beiden eigentlich aktiv. Sogar auch auf Instagram bin ich aktiv. Ich werde ab dieses Video auf Instagram immer meine Samtnetze sogar immer dort hochladen, hier dann auch auf Instagram benachrichtigt wird. Also ich schreibe dann auch immer drunter, ähm, neues Video online ist, so drin und dran auf YouTube und so. Also drin und dran, ihr natürlich auch auf Insta auch Bescheid wisst. Bei Twitter gibt es halt die coole Funktion, wenn man ein Video auf YouTube hochlädt, man da auch Twitter anschalten kann, die Leute auf Twitter auch benachrichtigt werden. Diese, ich finde die Funktion richtig cool. Aber bei Instagram gibt es das eben nicht. Ist ja logisch, weil Instagram man nur Bilder und Videos hochladen kann. Das ist ja nichts mit Schreiben, Texte, sowie, ähm, Twitter. Ähm, ja, genug gelabert, Leute. Wir haben es jetzt schon spät. Ich, achso, das Video kommt ja morgen erst, also brauche ich ja nicht, nicht irgendwie, noch einen schönen Abend oder so wünschen, also, wie auch schon in jedem Video gesagt, kommt drauf an, wann ihr das Video guckt. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut, bleibt cool und tschau, Leute. und tschau, ARD Text im Auftrag von Funk